Freut ihr euch genauso doll auf die zweite Staffel von Sissi wie wir? Dann haltet euch fest, wir erzählen euch nämlich jetzt in 60 Sekunden, worum es in der zweiten Staffel geht. Und los! In der zweiten Staffel von Sissi geht es natürlich weiterhin um die Liebe zwischen Sissi und Franz. Bleibt es aber nur bei der Liebe zwischen Sissi und Franz oder wird es noch andere Frauen oder Männer geben? Es geht sogar ein weiteres Kind aus der Ehe vor, aber ist die Thronfolge jetzt gesichert? Naja, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, das müsst ihr selbst herausfinden, aber eins steht fest, ohne Thronfolger wird es weitere Machtkämpfe geben. Aber was wäre eine neue Staffel Sissi ohne neue Konflikte? Da gäbe es zum Beispiel Napoleon und Bismarck, Österreich-Ungarn. Okay, das ist immerhin ein Grund für Sissi und Franz an tolle neue Orte zu reisen. Also könnt ihr euch freuen auf viele tolle Landschaften. Eine Staffel voller Spannung, Emotionen, Liebe. Mit Altbekannten und vielen tollen, neuen, interessanten Gesichtern. Und vielen Pferden. Ganz viele Pferde. Und die Kostüme. Das würde Wahnsinn. Also schaut rein. Sissi Staffel 2. Ab dem 16. Dezember auf RTL Plus. Waren das 60 Sekunden?